Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur Tagesbotschaft für den 12. Dezember. Ja, in dieser Woche lege ich die Licht- und Schattenliebeskarten. In der Infobox habe ich euch natürlich die Homepage verlinkt. Und heute am 12. Dezember geht es um folgende Botschaft. Und zwar haben wir, dass ein langer dunkler Weg zu Ende geht. Positive Perspektiven sind heute angezeigt. Licht am Ende des Tunnels. Man befindet sich auf dem richtigen Weg. Und etwas wird sich heute zum Positiven verändern. Ja, und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss!